Hallo Leute, zurück zu Let's Play Resident Evil 4, also dann schauen wir mal wie es weiter geht. Ok, wir haben kein Kontakt mehr. Und wir müssen wohin? Ja, hab ich erfahren. Naja, wir werden scheinen Händler in der Nähe zu sein. Aha, ja, hat wohl autorisiert. Ok, da ist Schnee und da ist ein Zwischenziel. Wenn man wirklich hätte sie müssen, wäre das ein Zwischenziel. Aber erstmal, schau mal, schau mal, was der Händler so hat, der wahrscheinlich hier drin sein wird. Was du nicht sagst. Ich hab was für dich. Ich hab was für dich. Ein hervorragender Deal. Das ist ja endlich. Wo wir unsere Ware her haben? Das willst du nicht wissen, Partner. Einmal-Ticket. Das ist unabhängig vom Urlieferationsstufe. Eine Haftation zum Spezial-Upgrade. Hier wird. Ah, da brauche ich sowieso viel mehr. So, dass ich das Opfer abfahren kann. Ja, das ist doch nicht fair. Ich sollte jetzt aber nicht auf jeden Fall verliegen. Das ist das, was ich derzeit habe. Hm, auf jeden Fall. Keine Sorge. Bei Bedarf kann ich sie dir natürlich reparieren. Sag Bescheid, wenn du verplatzt gesorgt hast. Hm. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Ich sag, wenn ich hier wieder erst herstellen. Weil ich hier wirklich was brauche. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du über's Tunen nachdenken. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Ich tue die anfangs für gewöhnlich nur. Feuerrate mal 10 größer, weil das eigentlich am wichtigsten ist. Angenehme Reise. Und natürlich ist es am wenigsten, danach eigentlich die Feuerrate. Ah, Handgranaten. Kann ich immer wieder gut gebrauchen. Neu. Nr Ja, ein bisschen, soweit ich ruhig. Möchtest du mal diese Ketten? Das wäre sehr, dass jetzt noch einer kommt. Floh, jahres. Floh, jahres, jahres, jahres. Ist die schon tot? Auf dem dreh hier ist sie ja schon tot. Das ist einfach krank. Stimmt wohl. Das ist hier drin, oder? Aber wenn ich da so schätze, komme. Aber das ist eigentlich, weil ich hier muss ein neuer Wurst sein, oder nicht? Ach, das ist doch ein neuer Wurst, Schatz. Zu. Verschlossen. Na ja, egal, dann gehen wir da doch hier entlang. Hm. Hm. Ich hab bestimmt wohl räumen. Aber hier ist aber kein andern Weg. Bringe Camusio der Flamme dar. Ich stimme, eine solche wohnt in den Flammen. Die führt die bedauernswerten Sehens zur Erlösung. Bringe Camusio der Flamme an ihren rechtmäßigen Ohren Wurls erleuchtet, und der Weg gibt die offenbart werden. Bringe Rem+, Len, jung, unanglo somewhat 다른 Flammen, St 모양losblack cm . . . . . . ! . 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 star. . 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 .快 heard some учone. . 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 Was ist los? Das hier, das ist so ein Grund. Das ist so! Das ist so! Das ist so! Das ist so! Das ist so gut. hat ja ein hartiger namen ich sehe schon ich sollte hier nicht bleiben ich habe sie immer noch er ist tot nein du hast nichts Ich habe das gebraucht, ich glaube an nix. Ich habe das. Oh fuck. Ich habe das. Ich habe das. Oh fuck. Ich habe das. Okay, ich habe das. Ich will ihn nicht mehr heilen. Ich will es nicht. Ich will nur, bevor ich wieder Tele bringen muss, jetzt ist das Problem. und auch einen schatz ich will ihn selber entgehen lassen oh fuck ah super er ist echt umgelaufen also nicht mal also für die Monizierung wäre jetzt nicht schlecht momentan gut okay kann ich auch Na, mir wird's gar nicht feststellen, wir fehlen ja auch zu Schießpulver. Na super, was soll's. Okay, sonst also nix, alles klar. Ach, da muss ich jetzt heranzubringen. Das haben wir ja schon gemacht, brauche ich da mal durchzuliehen? So, also mich mal hier durchzuschleichen, vielleicht hab ich das auch entdeckt. Au, leider nicht, hoffentlich nicht. Scheiße. Wenn das... Ja, alle geisteskrank. Okay, ich muss probieren, ich muss so hinlaufen. Okay, was ist so möglich da noch, wenn ich griech? Tappt, was ist los? Auf dem Weg! Ja. Scheiße, Mann. Das bitte, wenn ich neunleide wär's, du bist jetzt nie was. Tau! Das bitte, wenn ich neunleide wär's, du bist jetzt nie was. Tau! Tau! Was fand ich denn hier drin? Ok, jetzt war ich das wert. Ich bin nur auf der Rennig weggekommen. Ich bin nur auf der Rennig weggekommen. Ich hab das rausgekommen. Okay, jetzt bin ich hier rausgekommen. Soll das 라고 her, was ich aber behauptet. Fuck. Fick dich. Nicht genug. Im Alter noch nicht genug. Fick dich. Fick dich. Fick dich Founder. Fick dich weiter. Clever drauf gehen, Mensch, entstafft. Ah, sieht eigentlich zu viel aus. So, war es das jetzt? Ok, dann soll ich wieder einsammeln und dann erstmal hier weg. Er wurde... Das war auch nicht das, was ich da sein musste. So, also ich habe Kasa, meine ich. So, das war jetzt alles. So, ok, jetzt will ich jetzt mal schauen, ob ich die Lighthouse nutzen kann. Das heißt immer nutzen. Für mich zurück, oder? Nee, für mich zu dem Kerl. Oh! Gut, dann muss ich jetzt nur noch wieder halt, äh, hier raus. Was ist schwierig zu den ganzen Sachen sein, sein könnte. Ok, hinzukommen war nicht schwer, aber rauszukommen ist schwer. Ja. Oh, finden wir nicht schon super. Da sind wir da. Hat er die Freiheit, oder? Ja. Oh, hier ist alles hier ausfüllt. Ah, super. So, jetzt sollte ich ziemlich aus sein... Ok, dann soll es, bevor ich deinen Schatz bekomme, dann habe ich die Tür auf dem Wehr, brauche er schnell dafür. Ich hoffe, dass ich sie bald wieder fähre, ich hoffe, dass ich sie schnell wieder finde. Wo ist eigentlich Louis falsch, will ich jetzt 30 drinks treffen? Bis dahin und nicht weiter Leon. Jetzt nehmen wir sie, wenn sie selbst jemand sieht, so wie es man sie sieht. Nach sechs Jahren ist das also deine Begrüßung, Aida. Du wirst nicht überrascht? Interessant. Wenn du so oft näher stehst, nimm lieber das Messer. Gar nicht übel. Sehr smooth. Für wen arbeitest du diesmal? Oh, Leon. Du weißt, ich bin verschwiegen. Vergiss sie. Ihr ist nicht zu helfen. Kehr einfach um. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns wieder. Und vielleicht bekommst du dann auch deine Begrüßung. Glaubst du, ich gebe so leicht auf? Klar. Lass uns dieses Gespräch ein andermal fortsetzen. Wie gesagt, ich bin das auch für jetzt passen zu mir. Herr Peter, das ist offen aus dem Original, denn ich glaube, dass das Kleid da vielleicht nicht so passend ist, wie das, was sie hier trägt, ehrlich gesagt. Sie ist die letzte, die ich hier erwartet hätte. Jetzt gleich hier hängen bleiben und dann bin ich das Kleid ein, natürlich. Soll ich da aber nicht so leicht hängen. Und ich habe keine Ehre für die Uhr, oder? Doch, habe ich ja. Ich möchte jemandem das Amulett einsetzen. Ich weiß nicht, dass das Amulett eigentlich mehr wert ist. Also, was hat das Amulett mehr wert? Aber... Kleid ist das, glaube ich, ein 3.000 wert, oder? Ne, 7.000 sogar. Das heißt, die Uhr hilft sich ja nicht. Also... Das heißt, die Uhr eigentlich grundsätzlich mehr wert. Und die holen jetzt, glaube ich, wieder ins Amulett ein. Nein, den setzt sich dann in die Uhr ein, dann ist die Uhr noch mehr wert. Äh... Mist, ey. Okay. Achso. Das ist der vorher eigentliche Ehelsteiner dann. Das war ja nicht irgendwie wohl den zweiten Golden Ehelsteiner. Denn jetzt einmal den... Oh, jetzt darf ich wieder ohne Ehelsteiner einsetzen. So. Jetzt mal so. Die sollten es doch doch ordentlich Geld geben. Eine verschlossene Schublade, also. Hm. Interessant. Hier bin ich ja nicht ohne Grund verschlossen. Ich habe auch 4-Stelle B. Aber hier sind jetzt fehlen wohl noch zwei. Die ich besser finden muss. Ah, hier ist schon mal einer. Ah, 4-Stelle D. Das ist der eine, der eine ist da, der eine ist da, wo die, 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 die auf 4-Stelle A. 4-Stelle A. 4-Stelle jetzt schau ich später. Er hat so gut die, die, die endsten Steine erst einmal. also ich habe alle jetzt habe ich alle zu gehören und jetzt haben wir also ich habe mich für die viel eingewohnt wo gehört die erscheinung schon fertig zusammen wenn ich mal kurz kurz stehen wir dahin aber wir haben keinen schild hierfür vielleicht eine rüstung dahin und manchmal es ist ja auch kein hinweis das wohin gehört irgendwie so meine ich schon ein bisschen mies wenn ich einen hinweis habe ich nicht einfach hinweis oder so der den hinweis was wohin gehört also hier scheint er so das was man kann ich nicht lesen aus welchen und auch immer da ist dann wird so richtig wie sie nicht lesen kann aber sie irgendwie umprobieren und hier also ok so ich will das höchste aber oben probiere alle möglichen kombinationen aus ach so ich kann hier auch drehen wenn wir das doch gleich mensch ich brauche ein vierkiges glaube ich ja hier ist ein vierkiger schild schon mal ok ich brauche es recht eckiges als blaues eckiges wo gemerkt also naja das ist wie ein Zwischenziel ja das ist wie ein Zwischenziel na klasse ja du hörst das Signal zwischen den Bergen immer ist 3 zu 2 hörst das Signal zwischen den Bergen wiederhallen Felsen zerfallen zu Kies die Mauern der Burg zerbrückeln seht die glutrote Farbe des Nachthimmels ein stromverdorbene Blutes besuchtet die See opfert euer Leben und das Blut eurer Feinde zu Buße für die Sünden eures vergangenen Lebens machen wir nicht entweder das nur Gericht oder Kohl ist echt krank oder beides na klasse was war das ja aber wird bestimmt nicht gefallen er ist da drangegangen was steht hier der Schlüssel na das hört sich doch eigentlich schlecht an aber soll ich das jetzt wirklich zurückgeben ja vielleicht ist er für will ich mal zurück er weiß dass er weiß dass er drin ist vielleicht dass er sich ist obwohl es ist ein eures von daher von daher warum nicht ich habe das Gefühl dass er lang läuft ein Gegner ist den es im Original nicht gab glaube ich klar ja den es im Original gab aber wir schauen erstmal würde ich sagen auch scheiße ich muss ich muss so spiel auf dem Rückmeld treffen damit es passiert wird es korona fahren und ein residv появ ist und ungewöhn da als . hier anyway Ah, der Händler. Wofür kann ich dich begeistern? Da waren es zu mir einige... Ich kaufe fast alles. Danke. Dafür habe ich keinen Platz. Ich habe keinen Platz. Ich muss nur die Sachen verschieben. Ja, ich weiß. Wer fährt sinnvoll? Ich sehe, du hast ein Auge für sowas. Ein Waffen, die das nicht nur schießen. Es geht auch ums Nachladen. Du weißt sicher, wovon ich rede. Der Bumodafall werde ich vielleicht zu eng ums Nachladen zu fahrzeugen kümmern. Besser zu gut vorbereitet. Habe ich recht? Ich habe nur die feindste Ware im Angebot Fremde. Auch ein Messer bringt weiterhin viel Glück fremder. Das ist mir negativ. Alltså, hier ist die Amplikste nicht. So. Ah, wir werden mal sehen, jetzt mal speichern. Aber jetzt, ich glaube, mir gefühlt es nicht gefällt. Das war ja weniger. Was war das dann wohl vorerst? Wollte ich nur heraus, den Pfiff in die Brücke runterzulassen. Hm. Schaut hier irgendwie keiner zu sein. Wird dumm noch welche? Obwohl, wahrscheinlich nicht. Jetzt. Man muss gucken, wie er da gehalten wird. Ah, da ist er. Da ist er. Da ist er das Problem. Glaub ich. Oh, ich habe mich erwartet. Was? Selvente Begrüßung. Ah, Mann, ey. Pas den Paar, sind mal gefecht für dich, Freundchen. Aus dem Weg! Was waren an Bord alle? Inklusive dieses Parasiten. Die haben im Original nur nicht an den anderen dran hängen. Warum muss ich mir den Parasiten ersetzen? Okay, ich weiß nicht, ob ich in der Oberstelle nur am Schad zu sein. Ich weiß nicht, ob er mit dran hängt. Okay, jetzt zu dir. Und zurück jetzt? My name ist Jesus. Ich bekomme die M收zeugung. So, jetzt fuhren ich, ich habe hier eine Münition. Ach so, okay. Ich bin hier, ich bin hier, dass ich hier oben bin, um die Uhr mehr zu kommen. Das ist gut. zuerst. Also geil, das ist geil, ich bin trotzdem hier wegsinn. Ja, das ist wohl nicht ganz egal, das war so. Auf jeden Fall irgendein Schatz, aber kann nicht wohl nicht heran, sondern das Tor zu ist. Was war auf der anderen Etage? Kann ich auch, ich kann ja auch umändern. Okay, vielleicht auch wenn das so ist. Nee, geht trotzdem nicht auf, alles klar. Kann super, es wird. Kann ich hoch, oder? Nee, hat zwei Warten. Kann ich hoch, oder? Kann ich mich auf die Frage? Komm schon! Ah, backmint. Jaaah! Oh, Mann! Okay. Okay. What? Okay. Damn. Okay. Okay. Keine Chance. Aus dem Weg. 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 Aus dem Weg.